Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Kausch und ich bereite gerade unser neues Verkaufsobjekt in Berg für den Verkauf vor. Heute drehen wir verschiedene Videofilme und wir erstellen Objektfotos. Und in wenigen Tagen beginnt die Vermarktung. Für wen ist diese Immobilie interessant? Für die große Familie, für ein Zwei-Generationen-Wohnen und drittens für Gartenliebhaber, denn wir haben hier einen richtig großen Garten. Haben Sie noch ein bisschen Geduld? Liken und abonnieren Sie uns auf Facebook, YouTube und Instagram. Dann werden Sie automatisch von Verkaufstadt informiert. Wir sehen uns bei der Besichtigung. Bis dann! Bis dann!